Hallihallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wieder zu diesem neuen Video. Es soll uns heute noch einmal um das Thema Acrylic Pouring gehen. Und zwar habe ich ja ein Anfängervideo zum Thema Acrylic Pouring gemacht und das kam bei euch super an. Hier könnt ihr nochmal draufklicken, wenn ihr euch ja nochmal den ganzen Grundstock aneignen wollt, die ganzen Basics. Heute soll es mir aber um fünf Techniken gehen, die ihr für euer Acrylic Pouring Bild anwenden könnt. Da habe ich mir fünf verschiedene rausgesucht. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr, aber die fünf Basics Sachen möchte ich euch gerne zeigen und daraufhin könnt ihr dann einfach noch ein bisschen was abwandeln. Erstmal starten wir wieder mit dem Material, was ihr dafür alles braucht. Das habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Beziehungsweise könnt ihr auch gerne nochmal in dem Anfangsvideo nachlesen. Wir brauchen natürlich ein Pouring Medium Acrylfarbe und ein paar Utensilien. Das muss erstmal alles miteinander vermischt werden. Das heißt, das Pouring Medium, das muss zusammen mit der Acrylfarbe in einem Becher vermischt werden. Jede einzelne Farbe bitte selbst. Und die Konsistenz sollte ungefähr wie flüssiger Honig sein. Wir müssen dann schauen, je nachdem, welche Technik ihr benutzt, sollte die Konsistenz ein bisschen angepasst werden. Ihr könnt dann mit destilliertem Wasser arbeiten, um es noch ein bisschen flüssiger zu machen. Oder mit Medium und Acrylfarbe, um es wieder etwas fester zu machen. Da sage ich dann aber zu jeder Technik nochmal ein bisschen was. Wir bereiten erstmal die ersten Farben vor für die erste Technik. Die sogenannte Swipe-Technik ist eine meiner liebsten Techniken geworden im Acrylic Pouring. Einfach, weil da so ganz tolle Effekte entstehen können und es nicht ganz so unvorhersehbar ist, glaube ich, als einige andere vielleicht der Techniken, die ich jetzt hier vorstelle. Ich habe zu meinen Farben auch noch ein bisschen Silikonöl beigemischt. Ich habe mir jetzt hier sechs Farben ausgesucht. Das Weiß ist auch mit Acrylic Pouring und Silikonöl vermischt. Und damit streiche ich jetzt einmal komplett meine Leinwand ein. Ihr solltet noch ein Stück Pappe bereitlegen. Das sieht man jetzt hier nicht auf dem Bild. Wichtig ist, dass das Stück Pappe wirklich eine ganz akkurat geschnittene Kante hat, damit wir gleichmäßig die Farbe Swipen von Verwischen, diese Wischtechnik benutzen können. Da könnt ihr zum Beispiel von einem Karton den Deckel, diese Öhrchen, die man dann eigentlich so zusammenklappt, das könnt ihr abschneiden. Und dann haben die so eine ganz tolle gerade Kante. Dafür eignet sich das für diese Technik einfach am besten. Die verschiedenen Farben pure ich jetzt nacheinander auf meine Leinwand einfach so drauf, direkt aus dem Becher. Die verteile ich auch einfach so ein bisschen wild erstmal und schaue einfach, wie mir das so gefallen könnte. Ein schönes dunkles Blau setze ich an die linke Seite, weil ich nämlich dann später von links nach rechts wische. Und dann das Blau zieht sich dann über die hellen Farben drüber. Das ist so meine Intention dabei. Die rechte Seite bleibt dabei dann aber relativ frei von Farbe, denn ich wische ja im Prinzip die dunkleren Farben dann in das Weiß rüber. Ihr seht dann gleich, was ich meine. Metallic Farbe verwende ich auch einfach sehr gerne in meinen Poolings, weil das nochmal so einen schönen edlen Look gibt. Hier jetzt habe ich es schon erwähnt, die wirklich ganz akkurat abgeschnittene Kante der Pappe nutze ich jetzt und versuche ganz gleichmäßig leichten Druck auf die Farbe auszuüben und wische die Farbe einmal über meine Leinwand. Wenn ihr jetzt nicht die ganze Leinwand, also wenn da noch ein paar Ecken sind, wo noch was gewischt werden muss, kann man auch mit dem Spatel einfach nochmal nachgehen. Das ist jetzt gar kein Problem, so wie ich das jetzt hier mache. Kann man nochmal so ein bisschen nachhelfen. Und ansonsten kann man dann jetzt einfach ein bisschen warten, bis da so diese ersten Zellen aufploppen. Und natürlich auch gerne für ein cooles Ergebnis das gerne abbrennen, entweder mit einem Creme Brûlée, so einem Küchenbrenner oder einem Heißluftfön. Wirklich ein Heißluftfön, weil er diese enorme Hitze einfach entwickeln kann, die benötigt wird, damit auch diese tollen Zellen aufpoppen können. Für den sogenannten Dutch Pool ist es wichtig, dass ihr euch einen Haartrockner griffbereit an die Seite packt. Ich darf heute den von Dyson den Supersonic Haartrockner verwenden. Der macht einen super gleichmäßigen Luftstrom und mit den verschiedenen Aufsätzen, die magnetisch einfach wechselbar sind, kann man auch ganz toll die verschiedenen Luftströme noch variieren und anpassen. Zuerst pure ich meine Farben erst wieder auf die Leinwand, diesmal auf die trockene Leinwand, auch übereinander und das in einer Diagonalen. Die weiße Medium- und Acrylfarbenmischung, die pure ich dann einmal rundherum um meine bunte Farbe, um das bunte Puring und verteile nur den weißen Bereich in Vorbereitung schon mal ein bisschen. Nun kommt der Dyson Supersonic zum Einsatz und hier wirklich erstmal relativ von oben den Luftstrom auf die Farbe geben und vorsichtig versuchen, die Farbe zu verteilen. Das bedarf auch etwas Übung tatsächlich, mit dem Haartrockner zu arbeiten und hier könnt ihr jetzt so in verschiedene Richtungen die Farbe quasi aufbrechen. Also ihr seht, dass sie ganz automatisch durch den Luftstrom übereinander gelegt wird und dass die Zellen dann so wunderschön entstehen. Mit einem Strohhalm, ich benutze hier einen Metallic-Strohhalm, könnt ihr dann die Ränder noch ein bisschen anpassen oder die Farbe noch mal ein bisschen gezielter in die Richtung schieben, in die ihr es gerne haben möchtet. Mit dem Heißlufttrockner brenne ich die Oberfläche wieder ganz kurz ab. Kommen wir zur String-Technik. String, also wir brauchen wirklich so Kordeln oder Stricke, Wolle zum Beispiel, die ihr quasi dann in eure Farbe geben könnt und dann so rausziehen könnt und dabei entstehen einfach so coole Effekte. Auf meine schon mit weiß bestrichene Leinwand gebe ich jetzt so pfützenartig einfach meine bunte Farbe drauf und von ganz allein bewegt sich die Farbe schon etwas einfach aufgrund ihrer Flüssigkeit. Ihr könnt euch auch aussuchen, wie dick eure Stricke sein sollen. Ich habe jetzt hier so einen ganz normalen, wie so ein, das kann man auch zum Geschenkeverpacken verwenden. Das gebe ich auf den unteren Bereich meiner Leinwand drauf und mit dem Finger tupfe ich es auch ein bisschen fest, damit es wirklich in der Farbe auch verschwindet. Und wenn ich es dann rausziehe, auch die Farbe von diesem Strick auch mitgenommen wird. Und ich ziehe dann einfach den Strick quasi runter von der Leinwand und halte aber meine Hand auch sehr flach, damit der Strick nicht abgehoben wird, sondern wirklich die Farbe über die Leinwand zieht und sich die Farbe somit vermischt. Mit einem Strohhalm kann ich jetzt hier nochmal so ein bisschen nachgehen, einfach um die Kanten noch ein bisschen zu verschwimmen beziehungsweise ein paar Farben noch übereinander zu legen, wie es mir einfach gefällt. Für die Trichtertechnik brauchen wir, wie es die Technik schon beschreibt, einen Trichter. Zuallererst streiche ich aber meine Leinwand mit einer dunklen Acryl-Medium-Mischung einmal ein, um dann den Trichter auf meiner Leinwand zu platzieren und die Farbe nacheinander, die ich mir schon vorbereitet habe, da so reinzuschichten. Ihr müsst jetzt so ein bisschen aufpassen, dass ihr auf den Trichter und auf die Leinwand ein bisschen Druck ausübt, dass die Farbe nicht zu viel davon jedenfalls schon unten rauslaufen kann. Denn erst, wenn die Farbe komplett im Trichter geschichtet ist, hebt ihr dann quasi den Trichter an und die Farbe kann dann durch diese schmale Öffnung rausfließen. Während die Farbe rausfließt, könnt ihr natürlich den Trichter über eure Leinwand bewegen und dabei entstehen einfach nochmal ein paar coole Effekte. Die Farbe verteilt sich noch ein bisschen von allein und zum Schluss brenne ich die Farbe wieder ganz kurz ab. Mit der letzten Technik kombiniere ich zwei der vorangegangenen Techniken, und zwar einmal den Dutch Pur mit dem Haartrockner und einmal die Trichter-Technik. Ihr könnt nämlich natürlich eure eigenen Experimente machen und die Techniken ganz wild ausprobieren, wie es euch gefällt. Ich habe jetzt meine Leinwand mit einem Rosé-Ton eingestrichen und werde erstmal die Farbe wieder in meinem Trichter schichten, um sie dann quasi ganz vorsichtig rauslaufen zu lassen. Bewege den Trichter auch wieder so ein bisschen über die Leinwand rüber und lasse die Farbe erstmal ein bisschen verteilen. Mit dem gleichmäßigen Luftstrom des Dyson Supersonic helfe ich wieder nach und verteile gerade so die Ränder dieser Farbmischung nach außen, damit das wie so Farbspritzer aussieht und ja einfach so einen ganz tollen Auffächerungseffekt im Prinzip bringt. Habe ich das getan und gefällt mir das Ergebnis, kann ich dann die Oberfläche auch wieder mit dem Heißlufttrockner abbrennen. Hier seht ihr jetzt meine schon durchgetrockneten Bilder der verschiedenen Techniken. Wichtig ist, so die erste Trocknungszeit dauert ungefähr 24 Stunden. Dann könnt ihr die Bilder aber auch zur Not nochmal bewegen und woanders richtig gut austrocknen lassen. Zum richtig gut austrocknen lassen wirklich lieber drei, vier Tage gut liegen lassen, damit die Acrylschichten auch richtig, richtig gut durchtrocknen können. Dann könnt ihr aber noch eine Oberflächenbehandlung machen. Das heißt, ihr könnt noch eine Acrylschicht drüber packen, also mit einem Klar-Acryllack oder einem Firnis und daraufhin dann eure Bilder verschenken oder auch selber aufhängen. Wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Acrylick Puring, schreibt es mir gerne in die Kommentare und ich freue mich einfach auf eure Werke oder euer Feedback, eure Anregungen und sage bis dahin erstmal Tschüss!